Liebe Elisabeth, lieber Gerry, vielen Dank für die Einladung zur Krampal Challenge. Ich nehme natürlich sehr gerne an. Nicht vergessen, 4. Dezember wählen gehen. Hier ist meine Strophe. Und danke für das Playback, Gerry. Ich isse so gerne Schokolade, am liebsten Nikolaus. Denn wenn ich an den Krampus denk, da kommt mir schon der Graus. Ich kauf ihn ein beim Merkurmarkt, beim Villa und beim Spahn. Doch kommt der 4. näher, dann ist Gude Schoko gar. Ich will jetzt nicht zum Hofer gehen, da fall ich nicht drauf rein. Ich lass den Krampus einfach stehen, denn Qualität muss sein. Na, öha, heut das Bumst in Azzel. So ein Krampus bitte nicht. Weil es uns heißt, öha, heut das Bumst in Azzel. Jetzt haben wir uns verwöhnt. Na, öha, heut das Bumst in Azzel. So billig wollen wir es nicht. Moment, hast öha, heut das Bumst in Azzel. Jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir uns verwöhnt. Gut.